Gerade in den Sommerferien entstehen die lustigsten Fotos am Strand, besoffene in der Urlaubskneipe und was weiß ich noch. Aber darf ich diese Fotos auch posten? Viele von euch haben Bilder, auf denen noch irgendwie Menschen zu sehen sind und muss dann immer in jedem Einzelfall der Mensch rausretuschiert werden? Oder ist es egal, wenn es mindestens drei Personen sind? Da gibt es also viele Rechtsehrtümer, mit denen ich jetzt hier mal aufklären möchte. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und wir sind mittendrin, mittendrin in dem WBS-Sommer-Special-Programm, was in den NRW-Sommerferien hier auf diesem Kanal läuft. Als Kind habe ich mich immer gefreut aufs Sommerprogramm im 1. oder 2. Ihr könnt euch aufs WBS-Sommerprogramm freuen und das besteht darin, dass ich fast 10% meines neuesten Buches der Taschenanwalt hier vorlesen darf. Die, die das Hörbuch schon gehört haben, die werden das jetzt ein bisschen wiedererkennen. Die kennen ja meine Stimme und wer Bock hat, alles zu lesen, naja, der muss schon leider 14,99 berappen, denn das Buch gibt es über den QR-Code direkt in jeder guten Buchhandlung zu bestellen. Darf ich lustige Fotos oder Videos von anderen im Netz posten? Egal, ob im Urlaub, beim Feierabendbier oder einer Party oder einfach nur beim Spazierengehen. Überall finden sich schöne, lustige und absurde Foto- und Videomotive. Der Reflex des modernen Menschen. Schnell Handy zücken, Foto oder Video machen, auf Instagram oder Facebook posten. Doch Vorsicht, denn sobald auf der Aufnahme auch andere Menschen, egal ob wir sie kennen oder nicht, zu sehen sind, kann einem dieser Reflex schnell zum Verhängnis werden. Denn was, wenn die anderen mit der Aufnahme überhaupt nicht einverstanden sind? Das ist eine Frage, die man sich nicht nur aus reiner Höflichkeit stellen sollte. Wer sie übergeht, kann sich ernsthaften rechtlichen Ärger einhandeln. Denn wer ein Foto oder Video von einem anderen Menschen ohne dessen Zustimmung macht, begeht meist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Wer nicht nur rein privat knipst, verletzt sogar Datenschutzrecht. Die gefilmte Person kann dann verlangen, dass man das Foto wieder löscht. Heimliche Tonaufnahmen oder Videos und Fotos aus der Intimsphäre eines Menschen, also zum Beispiel innerhalb dessen Wohnung oder beim Sex, sind sogar strafbar. Wer sowas macht, riskiert nicht nur die Freundschaft zum gefilmten Menschen, sondern auch eine saftige Klage und im schlimmsten Fall eine Strafanzeige. Heißt das, ihr müsst jetzt vor jedem Foto oder Video eine schriftliche Einwilligung einholen, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein? Nun, als Anwalt müsste ich natürlich sagen, dass das keine schlechte Idee wäre. Als Christian Solmecke weiß ich aber natürlich, dass dies praktisch völlig unrealistisch ist. Merkt euch einfach, macht keine heimlichen Aufnahmen von Freunden, Kollegen und erst recht nicht von Fremden. Auch nicht, wenn es wirklich lustig aussieht, wie dieser so betrunken vor sich hin sabbern oder lustige Grimassen beim Tanzen ziehen. Wenn sie hingegen nett in die Kamera lächeln, ist der Schnappschuss völlig in Ordnung. Bevor ihr den Schnappschuss dann in die sozialen Medien hochladet und postet, fragt lieber vorher genau nach, ob das für den Abgelichteten wirklich okay ist. Den Fotos von anderen zu veröffentlichen, verstößt in der Regel gegen das Recht am eigenen Bild, wenn die andere Person nicht vorher eingewilligt hat. Von diesem Grundsatz gibt es zwar einige Ausnahmen, doch bei privaten Aufnahmen greifen diese in der Regel nicht. Wer sowas macht, riskiert also die Freundschaft und eine Klage und im schlimmsten Fall eine Strafanzeige. Und wenn die fotografierte Person nicht einverstanden ist, dann erfahrt vielleicht nicht jeder Follower von diesem lustigen Moment. Aber ihr habt ihn ja selbst und könnt ihn auch später noch anschauen und darüber lachen, wenn ihr durchs Smartphone scrollt. Manchmal muss das einfach reichen. Ja, tut mir leid. Nicht in allen Situationen ist Fotografieren erlaubt. Und das in die Kiste mit der Gruppe. Ab drei, fünf, sechs Personen kann man fotografieren. Könnt ihr alle wieder vergessen. Ist ein bekannter Rechtsirrtum. Da geht es darum, dass man Demonstrationen fotografieren darf. Und eine Demonstration, erst eine Versammlung, erst eine Versammlung ist ab drei Personen, greift aber nicht in den Fällen, über die wir hier gerade gesprochen haben. Also die Leute müssen einfach damit einverstanden sein. Fertig aus Mickey Mouse. Was ich meinen Mandanten schon berate, dass sie die Kamera mitlaufen lassen sollen und dann da fragen. Also vielleicht ein kleiner Tipp an Marc Eggers hier, der ja auch immer lustig die Leute in allen möglichen Situationen filmt, und wenn die ihm ein Interview geben, nett in die Kamera lächeln, wissen sie, dass sie gefilmt werden. Aber es muss auch noch die Einwilligung her, dass das Ganze veröffentlicht wird. Und wenn man einfach ein bisschen weiterlaufen lässt, fragt, hey, bis damit einfach alles auf meinen Kanal geht, wenn die dann ja sagen, dann ist alles geritzt. Ja, für jeden etwas hier dabei. In unserer kleinen Sommer-Special-Woche bei WBS in den ganzen NRW-Sommerferien haben wir hier Lesungen aus dem Taschenland. Weil ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Abo da oder gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle. Hier schon wieder exklusiver Content, nur bei WBS. Danke euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis morgen.